Hallo Leute, da sind wir wieder. Oh, 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 ich höre schon, ich höre schon, ich glaube jetzt geht's richtig los, ich glaube jetzt, scheiße, oh, ha, fuck, äh, oh, das sieht gut aus, das sieht richtig gut aus, das sieht richtig gut aus. Ja, das sieht gut aus, ich sehe es, das sieht richtig gut. Der da, gleich Feuer, zack. Schießt er schon wer auf mich? Ja, aber wir haben das gut. Alter, was ist denn jetzt hier los? Junge, kommt hier was rein, ich hab's im Blut, Leute, das wird jetzt richtig geil. Wieso gehe ich hier eigentlich so ab? Oh, der hat, dann, guckt euch das an, was er auf den einprasst, der wird einfach nicht getroffen. Also, nicht gut, machen wir es so. Weil die, die haben einen übelst guten Ausweichwert, ne, diese Kisten. Guckt euch an, wie wir hier uns gegenüberstehen. Ach du Scheiße. Ah, jetzt werde ich auch schon geschossen. Ich glaube, ich muss gleich mal den taktischen Möbel dritten. Naja, es ist zwar noch nicht, äh, es ist zwar noch nicht gefährlich, aber... Ehe man sich versieht, kann man hier ganz schön schnell, also man kann hier ganz schön schnell tot sein, sagen wir es mal so. Und dann... ...möchte ich derjenige sein, der schon raus ist, wisst ihr? Ah, das gefällt mir ja nicht, dass ich hier so... Ich glaube, ich stehe ja mit am weitesten vorne, ne? Das war klar, der Creature, wieder die größte Fresse hier. Stehe wieder ganz vorne, ja. Da gibt es gleich wieder... Da gibt es gleich die Strafe für. Richtig so, da gibt es gleich die Strafe. Da gibt es gleich Klatsche. Drehen wir mal kurz ab. Bisschen entspannen. Wer ist denn hier? Da wird eh keine Rakete durchkommen, das ist mir auch klar, aber... So, und jetzt haben wir noch... Jetzt steht... Ah, na... Flaus ist nicht gewohnt. Dieser Kampf könnte durchaus die ganze Folge und vielleicht sogar noch in der nächsten Folge ausgehen. Äh, weil... Ne? Frontenkampf, ihr wisst, dass das... Erstmal fährt... Ach, 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 ach... Dann, äh... Oh, ey, ja. Getroffen, oder? Ich mach mal eben das Logbuch auf, damit ich sehe, wenn ich getroffen werde. Wann und von wem. Ja, das war schon mal ein böser Treffer. Zack, tot. Ja, mal. Ich sehe hier aber auch keinen guter Reich... Oh, Leute, jetzt lasst euch hier nicht wegknallen, ne? Ich sag's euch. Der kommt eigentlich zu nah rein, aber... Der muss weg. Der muss weg. Ich könnte es mir glauben, der muss weg. Und der auch. Andre, Andre. Oh, gut. Oh, gut. Oh, vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig. Wer ist denn Andre? Wer bist du denn? Ach, der ist das? Geil. Hätte ich mich mal ein bisschen mit dem geprügelt, ey. Ist da immer noch ein... Ne, ist da gar nicht ein Reich weiter. Ne, hä, was... Wen meinte ich denn jetzt nicht weiter? Aua. Na, presche mal so ein bisschen vor. Ich glaube, ja. Ich glaube tatsächlich, ja. Von wem kriege ich denn hier? Der... Der Typ nennt sich... Libran... Ach, da, da. Die... Die komische... Naja, okay. So, pass mal auf. Fliegen wir mal gleich raus mit dem Freund. Da gibt's mir schon aufs Gesicht. Genau, diese Libran-Kante hier. Der da. Noch ein bisschen geschrieben, ja. Gut. Also, ich muss... Mein geschultes Auge sagt, wir sind gut dran. Also, wenn jetzt nicht noch mehr Zidos kommen, sind wir verdammt gut dran. Muss ich tatsächlich sagen. Das gefällt mir sehr gut, was wir hier aufgebaut haben. Das gefällt mir wirklich sehr gut hier. Äh, Creature ist moll. Du hast doch keine Ahnung. Ja, ich weiß, ich weiß. Trotzdem. Von wem kriege ich denn die ganzen Missiles hier, äh? Guck, jetzt ziehen sie sich zurück. Jetzt müssen wir dranbleiben. Jetzt müssen wir dranbleiben. Genau jetzt. Irgendwie kann ich nicht schießen. Irgendwie kann ich nicht schießen. Oh, komm mal her, Freundchen. Komm mal her. Oh, scheiße. Der repariert sich. Der repariert sich. Wollen wir mal fahren an drei, Jungs? Na, brauchst du gar nicht mehr rumdrehen. Guck lieber weg. Das wäre besser für dich. Das sage ich ja. Baah. Zack. So, dann seht euch das an, Leute. Geil. Scheiße. Er ist gesprungen. Wieso drücke ich einen Booster eigentlich die ganze Zeit, wenn der Leiter ist? Habe ich doof? Hat der schon einen Angriff? Ja, wird sicherlich einen Angriff haben. Also, die Folge gefällt mir bisher verdammt gut, muss ich sagen. Jetzt, guckt euch das an, Leute. Geil, ey. Wenn das jetzt so, wenn die Jungs gleich mit weiter vorpreschen, dann nehmen wir hier wieder alles ein. In Exxon. Jump done. Genau. Und das erfolgreich. Ziemlich... Oh, ist da los. Ah! Aha. Da hinten geht's weiter. Ah, los. Attacke gleich. Vielleicht machen sie ihren Träger auf. Mal gucken. Oder der haut da. Ich hab das genauso an. Ja, der haut ab. Der haut ab. Ja, Jungs, was ist los? Was sagt er denn? Wo geht's hin? Ja, Leute. Quatsch nicht hier um heißen Brei. Sagt lieber, wo es hingeht jetzt. Viel wichtiger. Tendland, wa? Na, probieren wir's mal. Oh, geht doch. Dachte schon. Oh, die Post. Oh, die Post, ich könnte mich... Schreibst du mal einen. Und dann steht da ein Event... Also ein... Äh, was schreiben sie immer? Kein eventuelles, sondern ein... Äh, also circa. Circa ein Lieferdatum. Schreiben sie rein. So. War heute bei mir. Und dann guck ich so in meiner App. Dachte so, das Paket müsste ja wenn dann schon da sein. Guckst du in meine App. Wenn da... Plötzlich heißt es... Ja, nee, also, äh... Nee. Können wir nichts zu sagen. Nee, tut mir leid. Da denke ich mir so, waaas? Warum gehört der da jetzt nichts mehr zu sagen? Seid ihr doof? Dann sagt mir doch vorher nicht erst, dass es heute kommt. Dann wäre doch alles in Ordnung gewesen. Man braucht ja schon ein bisschen Vorfreude auf. Ne, und dann heißt es so, nö. Nö. Wir wissen ehrlich gesagt nicht, was kommt. Nö. So von wegen so, ja, ich glaub wir haben's verbusselt. Ed ist weg. Das Geschenk... Äh, guck, Geschenk war. Dat Paket ist weg. So, Bräntchen. Du stirbst jetzt. Und du stirbst jetzt auch. Ich muss jetzt so weit rein, fällt mir grad auf. Oh, 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 oh. Scheiße, dafür sind wir viel zu wenige. Ja. Das war's, ne? Da brauch ich auch gar nicht mehr reparieren. Oh, nein, ey. Scheiße, wie konnte das denn passieren? Ja, siehste? Sieht ihr, Leute? Wenn man die Augen nicht aufmacht. Ich bin einfach volles von drein geprescht. Und gestorben. Da war's wieder. Da, das gibt's doch gar nicht, ey. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ich mal mit meiner fortgeschrittenen Aesia oder meinetwegen auch mit der Halbert mal ne Runde, ne Folge rumcruisen soll. Oder ich kann ja auch nochmal wieder einen auf Jäger machen, wenn ihr da Bock drauf habt. Schreibt es einfach mal in die Kommentare. Das wäre ziemlich nice, wenn wir vielleicht ein bisschen Abwechslung haben, aber ich weiß halt nicht, was ihr so gerne guckt. Wisst ihr? So, der Maki ist offline. Achso, ich muss ja wieder da... Äh... Ja, das war's. Ach, der Land. Scheiße. Mist. Ah, scheiße. Wo waren wir vorhin? Wo waren wir vorhin? Bei Wadern-Hugin? Springen wir mal nach Hugin. Springen wir mal nach Hugin. Ja, kommen gerade raus, ne? Die ganzen... Die ganzen Jungs. Ah, ja, ja. So ist es. Ah, hier ist ja gerade Schluss. Das kannst du ja mal ganz vergessen hier. Ach komm, bist du da? Probieren wir es doch einfach mal. Probieren wir mal die Dings... Oder die Mine. Die Mine, genau. Probieren wir mal die Mine zu schrotten. Aber eh nichts. Steht bestimmt so richtig ein Schrank vor und bewacht das Teil. So einer wie der ungefähr. Ich muss sagen, ich finde diese... Auch wenn die ganzen Leute so erfolgreich mit sind und bla bla bla... Ich finde diese 6.160 für einen Gung hier... Oder für einen Nidog... Finde ich einfallslos, muss ich ehrlich sagen. Also es machen ja wirklich... 80% der Leute... Die über Level 150 sind, sage ich einfach mal. Die haben einfach diese... Diese Scheiß-Konfiguration. Also was heißt Scheiß? Ich kann das nicht beordnen, ob sie Scheiß ist. Aber ich persönlich finde das langweilig. Ihr müsst euch da mal was Eigenes einfallen lassen, oder? Gut, ich meine... Sicherlich wird irgendwer auch mit meiner... Mit... Mit... Das, was ich habe rumfliegen, ist ja ganz klar. Aber das ist... Das sieht man halt nicht so... So häufig, wisst ihr? Und ähm... Was ist das hier? Das sind irgendwelche... Ähm... Chat-Moderatoren, oder so? Das sind diese neuen, ne? Mutan-Anakon. Ja, Leute, ich glaube, das ist ja viel zu langweilig, wenn wir hier das Ding ranfliegen. Verfolgungsrunde. Ja, die können wir doch... Die können wir Schrott machen. Das kriegen wir doch hin. Pass mal auf. Oh, oh, geil. Gut, dass ich hier nochmal laggeflogen bin. Ab was kann man die... Ah, nee, das hast du nicht. Habe ich es eingesammelt? Ja, genau. Ab 500 oder ab 900? Ich weiß es nicht genau. So, langsam. Boost. Fast tot. Ha. Gut. Ja, tot. Tada! Seht ihr da, Leute? So macht man das. Genau so. Nicht anders. Gut, Leute, dann bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen bei euch. Wie gesagt, denkt an das Kommentar, ob ich mal mit einem anderen Schiff rumfliegen soll oder nicht. Ey, hier 13, dieser Spirit, das siehst du doch, ne? Aha. Hier, siehst du? Hat sich hochgekauft, ne? Haha. Ich hab... Nee, das nicht. Okay. Gut, Leute. Dann, wie gesagt, macht es gut. Bis dann. Septem rohers. Tạpter. Tsk. Tja. Tатьemmia. Tja. Tja.